Till Schweiger wünscht sich eine ganz neue Rolle in seinem Leben. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Filmrolle. Der Schauspieler möchte unbedingt Großvater werden. Das verriet der Honig-im-Kopf-Star nun im Interview gegenüber Bild. Zusammen mit seiner Tochter Lily plauderte der 56-Jährige über den gemeinsamen neuen Film Die Hochzeit. Dabei erklärte die 21-jährige Schauspielerin, dass es ihr nicht wichtig sei zu heiraten. Ihr Vater Till forderte aber direkt, Hauptsache du wirst schwanger. Dabei stellte der vierfache Vater auch noch klar, Ich möchte gerne bald Opa werden. Aber man kann ja nicht wollen, sondern es sich nur wünschen. Gute Chancen könnte der beliebte Filmemacher dabei haben. Immerhin zieht sein Spross nach fast einem Jahr Beziehung mit ihrem Freund zusammen in eine gemeinsame Berliner Wohnung. Zudem verriet Lily, Weniger als vier Kinder kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe ja selber drei Geschwister. Auch wenn es manchmal sehr chaotisch und schwierig mit ihnen ist, es ist extrem schön, wenn es Weggefährten gibt, die dasselbe in ihrer Kindheit erlebt haben. Das wünsche ich mir für meine Kinder auch. Mit Anfang 20 hat die zweitjüngste Tochter des Schweigerclans aber noch Zeit mit der Nachwuchsplanung. Hoffentlich geht sie es nicht zu langsam an, damit Opa Tills Wunsch endlich erhört wird.